... ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl, der Feindler ist ein Befehl, der Feindler ist ein Haufen niederbrechtiger Freude oder Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich sage Feindlinge! Verreicht ein Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist ein Geschmack des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Gamerade, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur verhindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weggelegt! Es hat der Kult daran getan, von jahrelang alle Höheroffiziere registriert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein aus mich das Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, wenn Sie so verraten und betrogen wurden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volk! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Trick ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das nicht bei Ihnen verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Und ich glaube, das ist nicht bei Ihnen! Ich bin! Vielen Dank.